Jo, moin moin, da sind wir endlich mit einer neuen Folge. Alle gegen den Würfel zum 21. Spieltag. Wir blicken fix zurück, wir sind etwas spät dran. Und ja, wie war es beim letzten Mal, ein Spiel ausgefallen, das in Bielefeld. Aber nichtsdestotrotz, wir haben schon mal einen Gewinner definitiv. Und das ist Sexy Anime mit, wie viel hat er geschafft? 18.40. Ja, er hat so viel Abstand geschafft, dass keiner ihn mehr einholen kann. Die Top 5 natürlich zu diesem Spieltag wird irgendwann nachgereicht, wenn wir dieses Bielefeld-Ergebnis kennen. Und ja, Sexy Anime hat bekommen ein Fanteam-Ticket für die Champions League. Wir wünschen da viel Erfolg, Glückwunsch für diesen Gewinn dieser Runde. Und ja, alle weiteren Infos zu Fanteam findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gibt auch diesmal wieder ein Ticket zu Gewinnen für den Sieger. Und ja, da im angepinnten Kommentar natürlich wie immer die Copy-Paste-Vorlage. Die kopiert ihr in euer freies Feld, löscht die Tendenzen, die ihr nicht denkt. So, dass ich ein klares Urteil zum Spieltag von euch habe, zu jeder Partie. Gut, dann gehen wir in die aktuellen Spiele, die hier längst eingeblendet sind. Und wir beginnen heute Abend mit der Partie RB Leipzig gegen Augsburg. Ja, denke ich so ein 2 zu 0, obwohl natürlich nächste Woche Champions League ansteht für die Leipziger. Ja, konzentrierte Arbeit heute Abend. Die Augsburger werden versuchen zu mauern, aber ich denke am Ende ein 2 zu 0 Sieg. Obwohl Forsberg fehlt und ja, ein paar andere ein bisschen fraglich. Aber das kriegen die schon dosiert. Der Kader ist breit. Augsburg, ja, wird was probieren, aber es am Ende nicht schaffen. Gut, der wurde da zu. Sagt ebenfalls die 1. Gut, dann haben wir BVB gegen die TSG. Habe ich hin und her überlegt, weil ich glaube beim BVB ist natürlich was passiert. Wurde Klartext geredet, aber die TSG zu Hause, ja, die bespielt man ungern. Ich riskiere hier mal das X, weil ich die 5.0 jetzt nicht so ausgeschlossen finde. Kann aber auch ein 3 zu 2 geben. Kann sogar ein 4 zu 1 geben, wenn das alles richtig gut gewirkt hat. Aber ich sage mal 2 zu 2 geht es aus und lockt das X ein. Der wurde da zu, sagt die TSG gewinnt. Gut, gut, Leverkusen gegen Mainz. Da gehe ich auf die 1. Pack mir die kleine 1.45, weil ich denke, die Leverkusener haben sich wieder in Schwung gebracht und werden das weiter fortführen. Und die Mainzer, hm, tja, sollten in anderen Spielen ihre Punkte suchen. Der wurde da zu, sagt die Mainzer werden es gewinnen. So, so. Dann Werder Bremen gegen Freiburg. Da gehe ich auf eine 1. Denke, das gibt einen späten Sieg. Vielleicht Einwechslung, Füllkrug und vorher konzentrierte Defensivarbeit. Ja, man muss ja sagen, die Freiburger sind ja jetzt noch kein Auswärtsmonster dadurch geworden, dass sie jetzt ganz gut in der Tabelle dastehen. Sie holen primär ihre Punkte daheim. Und die Werderaner haben sich zu Hause gefestigt, will ich es mal so sagen. Und deswegen denke ich mal, ein später 1-0-Sieg ist da durchaus drin. Also für mich die 1 und der Wurdi dazu, sagt ebenfalls die 1. Werder Bremen wird es gewinnen. Dann haben wir VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Interessantes Spiel. Und, ja, Kedira an alter Wirkungsstätte quasi in seiner Jugend zurück. Da in Stuttgart auf den Platz. Ja, so ein paar Faktoren, die da mitspielen können. Interessante Partie, auch wegen personeller Zusammenhänge. Ich sage, am Ende trennen sich 2 zu 2. Also lockt das X ein. Können wir vorstellen, gehen Ende der Partie. Wird einer ausgleichen. Und es wird am Ende auch in Ordnung sein. Klar, Gonzalez, der fehlt bei Stuttgart. Ja, aber die Herthaner, die sind jetzt auch noch nicht so komplett gelöst unter Dardai. Deswegen, ja, wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Punkt ist aber ein Anfang. Also das X für mich. Der, wo die dazu sagt, Stuttgart gewinnt es. Gut, dann haben wir Union Berlin gegen Schalke 04. Das Top-Spiel am Samstagabend. Ich sage, es gibt ein 2 zu 1. Wird lange Zeit auch ein offenes Spiel sein. Doch am Ende, ja, wird es Union für sich entscheiden. Weiß nicht, ob es Ex-Schalker sein werden. Dann Teuchert hat ja für die Schalker gespielt oder auch Friedrich bei Standards immer gefährlich. Dann haben wir auch den BVB-Fan, meines Wissens zumindest, den Bülter da vielleicht, der als Einwechselspieler kommt. Und diverses andere. Und ja, Karius steht im Tor. Luther hat irgendwie private Dinge zu erledigen. Und ja, auf der anderen Seite Schalke 0 zu 3 gegen RB Leipzig. Ja, haben sie auch nicht so viel mitgenommen. Es wird langsam finster. Und ich glaube, Union, ja, weil sie ja auch andere große Namen schon geschlagen haben, werden sie das 2 zu 1 für sich entscheiden. Heimsieg eingeloggt. Der wurde dazu. Ebenfalls Union Sieg. Dann haben wir die Eintracht aus Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Da sage ich, ein 3 zu 1 wird es am Ende geben, weil die Eintracht ist so, ja, neben Wolfsburg die formstärkste und wirklich losgelösteste Mannschaft, die da gerade aufspielt. Vielleicht auch wegen fehlender Doppelbelastung. Die Frankfurter jetzt auch nicht mehr im Pokal. Also nur noch Liga. Absolut fokussiert da drauf. Für mich ein klarer Heimsieg. Wie gesagt, 3 zu 1. Der Wundi dazu sagt, die Kölner schaffen wieder einen Auswärtssieg. Dann haben wir eben angesprochene Wölfe gegen Gladbach. Da sage ich, es wird ein 2 zu 2 geben. Liegt auch, ja, eher so ein bisschen daran, dass die Gladbacher nach dem verlorenen Derbysch natürlich irgendwie eine Reaktion zeigen müssen. Da gab es einige Klagen aus dem Fanumfeld. Ich finde zu Recht. Und, ja, da muss die Borussia aus Gladbach halt ein anderes Gesicht zeigen. Ich denke, so ein 2 zu 2 ist das schon realistisch. Kann hoch und runter gehen. Beide haben ein gutes Flügelspiel. Ja, interessantes Spiel. Gutes Spiel wird es wahrscheinlich auch. Ja, ich erwarte mir da Tore. Gut, der Wundi dazu. Sagt die Gladbacher. Die werden es gewinnen und das Derby vergessen machen. Dann haben wir am Montagabend erst die Bayern gegen Arminia Bielefeld. Und, ja, erstmal Glückwunsch zu dieser FIFA-Club-WM und dem zigsten Titel am Stück da. Und dieses Jahr und letztes Jahr sehr erfolgreiche Saison gespielt. Also, das haben sie gut gemacht. Aber, ja, Thomas Müller mit Corona da abgereist. Jetzt, ja, diverse andere Themen bei den Bayern gerade am Start. Aber ich denke schon auch, ja, Gnabry fällt zum Beispiel, glaube ich, auch aus. Goretzka aber wieder zurück im Kader. Ich denke, das wird ein Arbeitssieg. Kein schönes Spiel. Am Ende ein 2 zu 0 für die Bayern. Weil sie sind in der Breite halt auch so gut besetzt, dass Bielefeld da kein Problem sein müsste. Vor allen Dingen im heimischen Stadion. Diesbezüglich dann keine Reisen mehr. 2 zu 0 die Bayern. Dann, der Wurdi dazu zum letzten Spiel, sagt ebenfalls, die Bayern werden es gewinnen. Jo. Gut, haben wir sie alle beisammen. Jetzt seid ihr gefragt. Hier unten sind Kommentarfelder frei. Alles weitere ist erklärt. Diese Woche gebe ich jetzt hier in der Alle gegen den Würfel folgen noch keine Wetten ab. Liegt zum einen darum, da zum Beispiel jetzt Freitagabend Spiele, die haben jetzt mich nicht so angefixt als Pre-Match-Wetten. Kiel kann man sicherlich live einsteigen, obwohl Würzburg natürlich echt eine Kämpfer-Truppe ist. Ich würde mir da auch die Witterung da erstmal angucken. Ob es dem Lee nicht vielleicht ein bisschen zu kalt ist. Und dann heute Abend, ja, RB Leipzig 1.25. Hm, jetzt auch nicht so die Top-Quote. Man kann es beides in einer Zweier-Kombi spielen und dann kriegt man auch eine 2-0-Quote. Aber ich denke, live ist die bessere Option. Und ja, ich schaue in Ruhe die Wetten raus. Auch international vielleicht sogar einiges besser. Jetzt Bundesliga führe ich jetzt nicht unbedingt Quoten, die man jetzt unbedingt schon einpacken muss. Aber werden wir sehen. Bald mehr dazu im nächsten Video. Okay, haut rein. Tschö. Tschö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017